Musik Da ist er, der neue Reiskocher. Dann wollen wir den mal anpacken. Also erstmal hier ein sehr schönes Quickstart. Das zeigt, wie man mit immer den gleichen drei Schritten hier entweder den normalen Reis oder den Low Carb Reis machen kann. Eben das, was eigentlich, ich denke mal, die Kernkompetenz von dem Gerät ist. Hier haben wir dann das Hauptmanual. Und das auch noch in Deutsch. Und da wird es dann auch nochmal erklärt. Das ist für die Zeiten, also auch was, wie lange man jetzt was kocht. So, hier gibt es dann auch noch so eine Erklärung, wie dieser Low Carb Reis funktioniert. Da wird also der Reis in den Innenkorb gelegt und dann bleibt also die Stärke und vielleicht ein Teil von dem Zucker, der sich im Reis bildet, weil der ja wasserlöslich ist, eben hier unten in diesem Restwasser unterhalb vom Reisbehälter. Und auch das werden wir später mal testen. Dann haben wir hier zwei sehr solide Reislöffel. Also einen zum Rausschöpfen, sehr festes Material und einen zum Umlockern und Umrühren von dem Reis. Gute Qualität. Also jetzt mal zum Vergleich mit den üblichen billigen, die es da gibt, die man da so biegen kann. Und jetzt würde ich sagen, das ist ein gutes Material. Und da kommen wir da der Stecker. Ein schöner EU-Stecker, das ist auch gut. Also dann holen wir das Gerät mal raus. So, das ist ein ganz kleiner hier. Ein ganz kleiner hier. Für das Gerät zuwenden schauen wir noch mal ganz kurz auf die Schachtel. Wir haben hier also eine 2 mm dicke Reisschüssel in dem Topf. 3 mm sind optimal, aber für ein günstiges Gerät ist das gut. Smart Button Control, Ice White Display, Stainless Steel, Removable Steam Cap, Stainless Steel, Yum Cup. Also das Wichtigste, was hier steht, ist wahrscheinlich, die geben also den Unterschied bei diesem kalorienproduzierten Reis mit 25% an. Andere schreiben 40%. Ich denke mal 25% ist eher realistisch. Also da bleibt man wohl auch bei der Wahrheit. So, weil sonst wäre ja, also das ist auch wahrscheinlich schon viel. Da muss ja ein Viertel von dem Reis weg sein. So, was haben wir noch? Wir haben hier diese Fuzzy Logic, die also durch diese sieben Reiskochphasen durchgeht. Dann haben wir, er kann also weißer und brauner Reis kochen und er hat bis zu 24 Stunden einmal die Warmhaltefunktion und aber auch die Timerfunktion, weil man vielleicht den Reis nicht so lange jetzt in dem Wasser liegen lassen will. Je nachdem welcher das ist, könnte der sonst sehr matschig werden. Und dann haben wir hier diese normale Heating-Technologie. Das hat wohl jeder etwas bessere Reiskocher. Also kein Induktionsgerät, sondern eben auch ein normaler, konventioneller Reiskocher. So, soviel zur Schachtel. So, jetzt öffnen wir mal den Topf und schauen in die Geschichte rein, was wir hier sehen. Oh, hier ein ganz wackeliges Luftauslassventil. Okay, macht jetzt im Vergleich zu den teuren Reiskochern natürlich auch jetzt hier eher den Eindruck etwas günstiger vom Plastik her und vom Aluminium. Das hier ist wieder gutes Material, diese Reisschüssel mit 180 Milliliter. Da kommt jetzt dieser Low Carb-Einsatz. Der ist aus Metall. Da ist jetzt natürlich die Frage, hoffen wir mal, dass er diese Keramikschüssel hier nicht auf die Dauer vergratzt. Dann haben wir hier noch so ein Ding drin, das brauchen wir auch nicht. Und wenn wir da reinschauen, natürlich schön edel gemacht mit dem diamanten Glanz hier. Mal schön ziehen. Mal nochmal rein. Also der Deckel fällt sehr leicht von allein zu. Und das hier sieht auch aus, als ob das relativ leicht einzudellen geht. Da haben wir diesen sehr schönen Low Carb Reiskorb. Kann man wahrscheinlich auch als Sieginstrument nehmen. Das hier ist gute Qualität, Plastik hier, dieser Reisbecher. Aber der ist auch wichtig. Beziehen sich natürlich auch die hier in diesem Keramiktopf angegebenen Markierungen. Das heißt, wenn man jetzt normalen Reis kocht, dann macht man jetzt 1, 2, 3 solche Becher voll Reis. Jeweils 180 Milliliter hier in den Topf rein. Und dann füllt man je nach Reissorte, also Kurzkorn, Langkorn oder braunen Reis, diese Skala hier auf an Wasser. Dass das Wasser entsprechend an dieser Stelle steht. Und das sollte relativ genau sein, damit der Reis eben auch die optimale Textur bekommt. Schauen wir uns nochmal den Innentopf an. 2 Millimeter Innentopf. Ist jetzt kein 3 Millimeter Innentopf. Ränder hier. Und diese Markierung. Das ist jetzt auch schön gemacht, der Topf hier mit den glänzenden Punkten da drin. Da muss ich auch über eines im Plan sein. Der ganze Kocher kostet so viel wie ein Ersatztopf von einem dieser richtig teuren Reiskocher. Ich hatte ja vorher auch einen. Und da war also der Ersatztopf so teuer wie hier der ganze Reiskocher. Werfen wir noch einen kurzen Blick hier mal in den Topf rein. Schau sieht man schön. Das ist also die ganz konventionelle Variante. Im Prinzip so wie bei jedem reisgültigen Reiskocher sieht das auch aus. Ist auch dieses schöne Geblinke hier in der Mitte. Von dem Druck- und Temperatursensor. Aber hier ist halt die Heizplatte. Hier außen ist nichts. Und damit wird halt auch der Reis geheizt. So. Laut Anleitung soll man ja immer das erste gekochte wegschütten. Deswegen mache ich jetzt da auch gar keinen Reis rein. Sondern zugegen tut es von allein. Sehr gut. Kochen wir jetzt erstmal nur eine Runde Wasser. Dass zum Zwecke das Ding dann auch schön sauber ist. Ich habe es ja eh schon mal ein bisschen geputzt so grob. Und jetzt schauen wir mal. Was auch auffällig verglichen mit einem teureren Reiskocher ist auch das Kabel etwas dünner. Da liegt wahrscheinlich auch daran, dass der halt bloß 500 Watt hat oder so. Aber das müsste ja okay sein. Jetzt gucken wir mal. Rein damit. Einschalten. Und jetzt sage ich mal. Ich will was steamen. Also gehe ich auf Steam. Dann kriege ich diese Zeit hier. Jetzt kann ich die Zeit umstellen. Es gibt ja auch wie gesagt im Manual hier eine Tabelle dazu. Aber wenn ich jetzt fünf Sekunden lang nichts drücke. Und das ist jetzt gerade passiert. Dann hört es auf zu blinken und er fängt an zu kochen. Das heißt er hat jetzt schon angefangen zu kochen. Und damit reinigen wir jetzt praktisch das Gerät. Indem ich jetzt einfach mal hier den bisschen steamen lasse. Und das geht auch ratzfatz. Ich höre da schon Geräusche. Was passiert wenn ich den aufmache? Also den kann man auch aufmachen während dem. Ein kurzer Blick auf den Strommesser. Jetzt ziehen wir gerade 567 Grad. Das ist auch das Maximum was ich jetzt hier gesehen habe. Und schon geht es wieder runter. 300 und 0. Der zieht immer nur kurz um. Heizt dann. Und dann passiert gar nichts. Also der heizt jetzt nicht volle Kanne wie so mancher andere Reiskocher. Sondern der hat seine Temperaturen. Und da macht er mit rum. Dann bräuchte er überhaupt keinen größeren. Jetzt zieht er gerade wieder. Jetzt hat er gerade wieder gezogen. Die ganze Zeit wieder nichts. Und jetzt geht es schon wieder runter. Das sieht man nicht hier. Immer mal ein bisschen heizter. So jetzt mache ich den mal auf. Da sprudelt nichts. Da rodelt nichts. Wenn wir jetzt mal da reinschauen. Obwohl das Wasser bisschen kocht. Kann ich diesen Low Carb Korb hier. Kann ich direkt rausnehmen. Der wird nicht so heiß hier an den Henkeln. Das ist auch erstaunlich. Obwohl das Wasser da unten. Das sieht man glaube ich auch. Das kocht. Also da sind Blasen drin. Aber der Korb wird nicht sehr heiß. So. Das sieht mir eher nach Wassermineralien aus. Nicht nach Carbs. Ich habe kein Reis drin. Aber uns geht es jetzt erstmal nur darum. Das zu reinigen. Und mal ein bisschen das Kochverhalten anzuschauen. Also wir kochen jetzt auch gleich mal Reis damit. Und ich wollte nochmal sehen. Wieso das Kochverhalten ist. Jetzt hat er wieder ein bisschen Strom gezogen. Das sieht man hier. Jetzt hat was geschaltet. Und jetzt geht der Strom schon wieder runter. Also da hört man so ein kleines Knacken im Gerät. Wenn er die Heizung einschaltet. So ganz dezent. Und dann schaltet er es auch gleich wieder aus. Und dann ist er schon wieder zufrieden. Also der heizt hier nie volle Kanne. Das habe ich noch nicht gesehen jetzt. So. Ich denke jetzt aber es wird auch gut sein. Sehen wir hier schon. Ganz kleines bisschen Dampf ist da rausgekommen. Nichts groß. Na gut. Bisschen dampfen tut es schon. Wie gesagt. Das kann man nach wie vor hochheben. Das wird nicht zu heiß erscheinend. Also ich denke mal der ist jetzt geputzt. Jetzt mache ich den mal sauber. Und dann kochen wir uns mal die erste Runde Reis. Der dezente Hinweis. Anders als bei den teureren Reiskochern. Überwacht der jetzt nicht. Ob man den Deckel aufmacht. Muss er auch nicht. Weil er ja keinen Druck. Keinen Dampfdruckmechanismus hat. Dann kann man jederzeit auch über den Kochen aufmachen. Und reinschauen. Und was ist denn jetzt wenn er läuft. Und ich will das jetzt stoppen. Das Programm. Und will jetzt was anderes machen. Das ist ganz leicht. Ich drücke einfach zweimal hier. Auf den Knopf. Und dann ist er schon wieder aus. Kann ich anschalten. Und wie gesagt. Bedienung ganz leicht. Einfach. Egal was man machen will. Drücken. Die Zeit eventuell korrigieren. Und wenn man jetzt 5 Sekunden wartet. Geht die Funktion los. Eins. Und go. So. Und wenn man es löschen will. Einfach zweimal drücken. Dann ist er aus. Das ist auch ganz leichte Bedienung. Keep warm. Genau so. Einmal drücken. Dann kann ich da. Diesmal nichts verstellen. Keep warm. Geht los. Und dann zeigt er hier. Wie lange das schon warm gehalten wurde. Kann ich auch unterbrechen. Sehr einfach. Reinigung. Also was ich schon gesehen habe. Jetzt hier. Ist. Dieses Ding hier. Das kann man ja rausnehmen. Gut. Wenn man es gleich dreht. Dann hat man es auch gleich in der Hand. Da wird es auch feucht drin. So. Das wollte ich eigentlich am Stück rausnehmen. Kann man dann. Hier wahrscheinlich. Na. Das gehört hier rein. Und jetzt. Na ja. So kann man das rausnehmen. Das kann man auch machen. Da sammelt sich mitunter auch mal Feuchtigkeit drin. In diesem Auslassventil. So. Es muss immer nach rechts gedreht sein. Dann bleibt es auch zu. Und jetzt. Muss es so rein. Dass dieser. Ding hier. Auf der Seite hier ist. Und dann ist es gut. So. Und wenn man es jetzt nach. Raus machen will. Geht es eigentlich auch. Man muss auf der anderen Seite ein bisschen drücken. Dann geht es raus. So. Das ist der ganze Trick. Haben wir das auch mal rausgekriegt. Gut so. Auch auffällt. Also die etwas teureren Reiskocher. Die haben dann hier am Topf. So ein Henkel. Mit dem man das schön raus holen kann. Ohne sich zu verbrennen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Hier hat man jetzt wirklich nur den Topf. Ich kann natürlich den Low Carb Reis rausnehmen. Ohne mich zu verbrennen. Das geht immer. Weil ich hier diese kleine Henkel habe. Die nicht heiß werden offensichtlich. Aber wenn ich den ganzen Topf rausnehmen will. Dann brauche ich halt doch hier Unterstützung. Mit einem Püchentuch oder irgendwas. Jetzt den ersten Low Carb Reis zu machen. Dazu brauche ich jetzt erstmal den qualitativ hochwertigen Becher. Und Mais. der Reis kommt jetzt beim Low Carb Reis hier oben rein. Glatt streichen. Ich mache das sogar so, dass ich das bisschen glatt mache. Und was mir jetzt fehlt. Ah, hier drüben sind wir. Genau. Hier ist nämlich die Skala. Die werden brauchen. Und jetzt muss hier Wasser rein. Aufbleiben. Und zwar so viel Wasser. Nehmen wir nochmal die Skala. Ich muss an sich das Wasser so voll füllen. Bis es hier genau bei dem White Reis bei der 1 steht. Also so. Und das war's. Die Japaner machen ja nie Salz in den Reis. Dann machen wir es jetzt diesmal auch nicht. Und das mache ich jetzt zu. Und dann geht's schon los. Ich schalte das Gerät an. Ich drücke einfach nur White Reis. Yum Cup. Den Knopf hier. Und das war's. Mehr muss ich gar nicht tun. Alles andere läuft automatisch. So, wir können jetzt mal zum Spaß zum Strommessgerät gehen. Und sehen, da passiert jetzt im Moment noch gar nichts. Das heißt, der lässt jetzt einfach mal den Reis noch einweichen. Erste Knacken zu hören. Jetzt sehen wir hier auch wieder unsere 566, 567 Watt. Die hier gezogen werden. Und jetzt scheint er anzufangen damit das Wasser aufzuheizen. Und hat er schon wieder ausgeschaltet. Hört man dann an den Knacken. Und hinten geht die Leistung auch schon wieder runter. Aber ist gleich wieder angegangen. Dann gleich wieder hoch. Also jetzt wieder doch anscheinend mal das Wasser hier aufheizen. Man hört auch schon ein leichtes Geräusch hier. Da ist er wieder ausgeschaltet. Die Leistung geht hier dann wieder runter. Und gleich wieder eingeschaltet. Sogar 569 kurz. Und dann sieht er doch, dass die Geschichte hier zum Kochen kommt. Der Eindruck ist, dass er doch voll heizt. Und wir gehen da auch bis auf 571 Watt, wie er da sich vom Stromnetz genehmigt. Das heißt, hier kann man den Verbrauch oder die Kosten von dem Topf relativ leicht rechnen. Jetzt hat er aber auch schon wieder ausgeschaltet, wo er es gehört hat. Jetzt hat er gleich wieder angeschaltet. Das heißt, das ist etwa ein halbes Kilowatt. Das heißt, wenn das Ding eine Stunde läuft. Wenn das Ding zwei Stunden läuft, dann hat man ein Kilowatt verbraucht. Ein Kilowatt kostet ja bei uns 30, 31 Cent. Das heißt, wenn der zwei Stunden läuft, dann haben wir hier eben die 30 Cent. Im größten Teil an Steuern bezahlt. Ein bisschen Wasser auch für den Strom. So, jetzt schauen wir uns hier mal die Infrarotsignatur von dem Topf an. Ich mache den jetzt auch mal auf. Wie heiß ist der Reis schon? Schauen wir mal. Also der hat bis jetzt etwa 55 Grad. 60 Grad. Der Topf selber wird hier nicht sonderlich warm. Hier kann man sagen, der Deckel bleibt sowieso kalt hier. So, und wieder ist etwas Zeit verstrichen. Wir sehen das ja auch hier bei der Uhr immer. Hier steht jetzt nur noch 18. Und wie gesagt, dieses Gerät kann man ja auch kurz aufmachen und reinschauen. Dann sieht man, der Reis hat sich schon ein bisschen aufgebläht. Und das Gerät lässt sich Zeit. Wenn wir jetzt hier hinten schauen, dann steht er schon wieder auf Null. Der kocht, das köchelt es da mit Ruhe nach seinem Schema. Jetzt hat er wieder den Strom eingeschaltet. Das hört man ja. Jetzt geht er hier wieder hoch. So. Jetzt hört man ein bisschen. Jetzt hat er wieder ausgeschaltet. Das war schon wieder genug. Wieder ist etwas Zeit vergangen. Und wir schauen mal. Der Topf zeigt jetzt nur noch 001 an hier. Und die Temperatur vom Deckel hat sich auf 58 Grad erhöht. Aber ich kann da trotzdem drauf greifen. Also ist es jetzt nicht so, dass man sich verbrennen könnte. Der Griff ist kalt. Sieht man ja auch hier. Natürlich der Auslass hier ist etwas wärmer. Geheizt wird jetzt nicht mehr. Welche Temperatur hat denn mein Reis. Das steht jetzt 00. Da unten. Jetzt mache ich die Sache mal auf. Er hat ja auch gerade gepiepst. Also das sieht mir aus, wie wenn der Reis fertig ist hier. Der Reis hat jetzt etwa 90 Grad. Und nochmal zu. Motto, was lange währt, wird endlich gut. Schauen wir uns jetzt mal den Reis an. Die Zeit sehen wir ja auch hier. Gepiepst hat er auch. Er macht offensichtlich dreimal Pieps, wenn er fertig ist. Und dann mache ich die Geschichte mal auf. Und was ich jetzt sehe ist. Kannst du eigentlich trotzdem rausnehmen. Also hier diese Dinger. Die scheinen relativ kälteunempfindlich zu sein. So, ich stelle jetzt mal den Reis hier weg. Der hintere kurz. Man soll den ja auch ein kleines bisschen gleich hier verteilen. Damit der Dampf raus kann. Und was ich jetzt sehen möchte ist. Hier, was da in dem Wasser drin ist. Jetzt haben wir hier dieses Wasser. Wo es heißt, da wäre jetzt aber der Zucker und die Stärke drin. Also das sind jetzt die 25% gesparten Kalorien. Die hier drin sind eben in diesem Wasser. Und eben nicht in diesem Reis. Gut, ich kann auch einfach 25% weniger Reis essen. Dann brauche ich keinen Low Carb Kocher. Weil dann habe ich auch 25% weniger Kalorien. So, jetzt mache ich mal das Wasser weg. Und dann untersuchen wir mal den Reis. So, jetzt wollen wir jetzt mal den Reis untersuchen. Ich habe den jetzt mal hier raus geholt. Ja, für meine Verhältnisse hat er jetzt schon ein bisschen zu viel Wasser. Das heißt, ich muss den mit weniger Wasser machen. Aber er sieht zweifellos aus wie Reis. Mal probieren. Und ja, schmeckt auch wie Reis. Aber wie gesagt. Für meine Begriffe. Muss ich das mit weniger Wasser kochen. Das wäre jetzt für mich, der Reis wäre jetzt für mich zu aufgedunsen. Also hat zu viel Dampf oder zu viel Wasser gezogen. Aber gut, das kann man ja nochmal versuchen. Das ist also der Low Carb Reis. Und wir nochmal machen mit weniger Wasser. Das ausspülen war erwartungsgemäß kein Problem. Bei der innen super Beschichtung. Jetzt mache ich erstmal hier alles aus. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Also, ein Becher Reis. Und müssen wir jetzt den Topf so rumdrehen. Und jetzt brauchen wir wieder Wasser. So, generell sollte das Wasser stehen bis da. Wir haben jetzt einen kleinen Touch weniger gemacht. Das sieht man. Weil er doch eben etwas zu weich war. Jetzt probieren wir es mal so. Und schauen wir auch mal, wie lang wir dann brauchen. Der Topf ist ja noch ein bisschen warm. Okay, und los geht's. Anschalten. Und jetzt drücken wir einfach hier White Reis. Ohne Low Carb ganz normaler Reis. Und los geht's. Und da dreht sich die Geschichte. Der bestimmt jetzt seine Parameter. Und wenn er die bestimmt hat, dann erwartet er, dass da hinten es klack macht. Und er anfängt zu heizen. So, wir sehen auch wieder die Uhrzeit. Das ist der Startzeitpunkt. Maler weißer Reis. Wir haben viermal gepiept hier. Und jetzt schauen wir mal rein. Ja, das sieht jetzt eher aus wie Reis, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, jeder hat ja andere Ideen, wie Reis aussehen muss. Aber so stelle ich mir jetzt mal Reis vor. Richtig. So muss der aussehen. Schön trocken. Kanik. Naja. Der ist gut. Den Low Carb ist irgendwie schön. So, also erlässt sich Zeit, der Guteste. Aber was lange währt, wird endlich gut. Jetzt nochmal der Geschmackstest. Mal zusammenfassen. Der Low Carb war es der erste jedenfalls. Der war ein Reinfall. Vielleicht liegt es am zu viel Wasser. Der hier sieht man, das sind jetzt die drei bis hier jetzt hier auch. Das ist gut. So, jetzt auch mal ein Löffel, zwei Löffel, naja, das werden so drei, vier Löffel von diesen Löffeln hier sein. Und wie gesagt, der Geschmackstest hier ist tadellos. Der Reis ist körnig, wie man denn will, hier bei Langkornreis. Absolut körnig. Da klebt nichts, obwohl ich den vorher nicht gewaschen habe. Und der Geschmack ist, der Geschmack ist wunderbar. Also perfekt für Langkornreis. Kann man nichts sagen. Also Reiskochen kann das Gerät. Es lässt sich Zeit. Es braucht nicht so viel Strom sicherlich, weil es immer wieder den Strom an- und ausschaltet. Aber Reiskochen kann das Gerät, auch Langkornreis. So, ich habe jetzt nochmal versucht hier Low Carb Reis zu machen. Aber mit weniger Wasser. Und das sollte jetzt gleich fertig sein. Ich habe ihm erstmal weniger Wasser gegeben. Und dann habe ich ihm fünf Minuten mehr Kochzeit eingestellt. Jetzt bin ich mal gespannt. Noch hört man das Klacken und der Heizung. Jetzt ist er fertig. Und jetzt schauen wir mal da rein. Ach nee, trotz weniger Wasser, das kriegt man nicht hin. Also dieser Low Carb Reis ist echt nur für die Vögel. Das ist nicht zu schaffen, nee. Das ist wieder so ein total matschiger Reis hier. Das macht keinen Sinn. Also der Low Carb Reis, das ist jetzt nicht mein Ding. Maar wisst doch, dass alles gut appeared! Das macht er nichtôt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020